Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Sporttalk von TA, TLZ und OTZ. Wir freuen uns, dass wir heute den Torhüter des FC Rot-Weiß Erfurt, Franco Flückinger, zu Gast haben. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir wollen gemeinsam einen Blick auf das Topspiel der Regionalliga am kommenden Sonntag werfen zwischen dem FC Rot-Weiß und Energie Cottbus. 13 Uhr ist Anstoß im Steigerwaldstadion. Es wird die nächste Partie sein, die Funke mit in Thüringen per Livestream exklusiv überträgt. Wie Sie wissen, alle Abonnenten können das Spiel kostenlos sehen und wer es noch nicht ist, kann es für 5 Euro buchen. Franco, wie fühlt es sich an, als Aufsteiger an der Wellenspitze zu stehen? Ja erstmal, es ist ein positives Gefühl natürlich, was denke ich auch jeder im Verein, jeder um den Verein herum mitbekommt. Gerade für die Jungs ist es halt auch wichtig, dass sie sehen, dass sie in der Liga definitiv mithalten können. Ja, und es ist halt für uns jetzt wichtig, dass wir die Punkte gesammelt haben bis zum Winter jetzt erstmal und unserem Ziel, dem Klassenerhalt, dadurch ein sehr, sehr großes Stück schon näher gekommen sind. Klingt immer noch verdammt bescheiden. Hätten Sie im Sommer, als Sie gekommen sind, nach Erfurt auch nur annähernd gedacht, dass es so laufen könnte? Nein, also wie gesagt, ich kannte die Mannschaft nicht. Ich wusste, dass es eine junge Mannschaft ist, die einen sehr guten Lauf in der Oberliga gehabt hat. Hatte natürlich dann schon die Hoffnung, dass wir diesen Lauf halt auch in die Regionalliga mitnehmen können, was uns denke ich auch sehr gut gelungen ist, über viele Spiele hinweg. Und ja, ich denke, die Jungs arbeiten sehr hart oder wir arbeiten sehr hart, jeder Einzelne. Und das ist dann der Lohn, dass du am Ende dann halt auch die Spiele gewinnst. Ist dieser Fleiß, ist dieser Trainingseifer, ist dieses Lernwillige die Eigenschaften, die euch so stark machen? Ja, ich denke, innerhalb der Mannschaft ist durch viele Spiele jetzt auch noch mal neuer Impuls gegangen, durch die positiven Erlebnisse natürlich in dieser Saison. Ich denke, viele haben einen großen Schritt vorwärts getan. Ja, tun auch abseits des Platzes jetzt noch mehr für sich selber, um halt da alles für den Erfolg zu geben. Und ja, das ist halt wichtig. Und ich denke, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, jeder Einzelne. Was gehört da dazu, abseits des Platzes? Ja, dass du dich vernünftig halt einfach vorbereitest, dass du halt dich im Fitnessbereich zusätzlich zu den Trainingsanheiten weiterentwickelst, da aktiv dabei bist. Ernährung ist immer eine Komponente, die im Sport fällt, oder ein Thema, was im Sport natürlich sehr wichtig ist. Und ja, da bin ich sehr, sehr stolz auf die Jungspieler auch, dass sie diese Themen halt auch begriffen haben und für sich aufnehmen. Achten Sie da auch extrem darauf oder genau darauf, was Sie essen, was Sie trinken? Viel Schlaf wahrscheinlich? Oder wie sind die Erfahrungen aus den Jahren, die Sie jetzt im Profifußball dabei sind? Ja, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass du natürlich auf deinen Körper achten solltest. Man sagt ja nicht umsonst, du bist, was du isst. Aber natürlich gehören noch andere Stellschrauben dazu. Du musst dich halt einfach wohlfühlen, auch in deinem sozialen Umfeld. Ich denke, das ist halt auch wichtig, dass wir halt auch homogene Truppe sind halt einfach, dass es da innerhalb der Mannschaft sehr, sehr gut passt, dass sich jeder wohlfühlt. Der Kopf ist dann doch in vielen Spielen auch der Entscheider. Und ich selber, ja, ich achte schon darauf, was ich zu mir nehme. Zum Großteil natürlich gibt es auch Tage, wo ich eine Ausnahme mache. Wir sind alle auch nur Menschen. Ich glaube, das ist dann auch mal erlaubt. Aber die Tage sind sehr selten. Das ist ja diszipliniert. Ändern sich denn nach 30 Punkten nicht vielleicht doch auch die eigenen Ansprüche innerhalb der Mannschaft oder vielleicht sogar auch die eigenen Ziele als den Klassenerhalt auszugeben? Na, ich denke, wir sollten die Ziele noch nicht ändern, weil wir haben die Ziele noch nicht erreicht. Von daher denke ich, dass wir da erstmal Step by Step die Ziele abarbeiten sollten. Und wenn du die Ziele erreicht hast, dann kannst du dir neue Ziele stellen. Also ich denke, Würzburg in der zweiten Liga war damals ein mahlendes Beispiel, die zur Halbserie, glaube ich, unter den ersten Vieren standen und am Ende doch noch abgestiegen sind. Deswegen, ja, immer schön eins hier nach dem anderen. Klang bei Ihren Teamkollegen nach dem Spiel gegen Babelsberg fast unisono. Also es gab jetzt keinen dabei, der forsche Töne angeschlagen hat. Das ist vielleicht auch ein Indiz für diese Homogenität der Mannschaft, auch was die eigenen Ansprüche betrifft. Apropos Babelsberg, das war ein mitreisendes Spiel. Aber Sie haben erstmals in dieser Saison zwei Gegentore in einem Spiel hinnehmen müssen. Bisher war es allenfalls eines, aber das war zu verschmerzen, oder? Ja, natürlich. Im Endeffekt kann ich die zwei Gegentore verschmerzen, weil wir halt einfach das Spiel gewonnen haben. Ich denke, auch verdient gewonnen haben dann am Ende, weil wir halt einfach die Effektivität wieder auf den Platz gekriegt haben, die uns in vielen Spielen auch ausgezeichnet hat. In manchen Situationen, gerade bei den Gegentoren, dann vielleicht doch noch ein bisschen Grün hinter den Ohren waren. Ja, und dann doch zu sehr schon den Schritt weniger gemacht haben. Ja, aber wir haben es dann immer wieder hinbekommen, nach den Gegentoren noch eins nachzulegen und wieder hochzufangen. Sie wirken unwahrscheinlich ruhig und cool auf dem Platz. Egal in welchen Situation Sie angespielt werden, strahlen Sie eine extreme Ruhe aus. Gibt es Situationen, in denen Sie mal nervös werden? Selten. Also ich sage mal so, Fußball ist viel. Fußball ist auch, denke ich, für viele mehr als nur ein Hobby. Das ist für uns alle genauso. Aber man muss sich halt auch in gewissen Lebenssituationen halt einfach vor Augen führen, dass der Fußball dann doch nicht alles ist. Ja, das habe ich halt in meiner Karriere schon gelernt. Und deswegen bin ich dann in den Situationen vielleicht dann doch etwas entspannter als manch jüngerer Kollege. Wahrscheinlich ist das aber auch wichtig für eine junge Abwehr, wenn jemand da hinten im Tor steht, der diese Ruhe eben ausstrahlt. Was mir die meisten Verteidiger bisher gesagt haben, es hilft ihnen auch, wenn der Torwart mit ihnen spricht und Kommandos gibt. Wie wichtig ist Kommunikation in der modernen Torwartwelt? Ich denke, sehr wichtig. Du kannst halt viel vorher verhindern, indem du halt einfach vernünftig Anweisungen gibst, die kurz und knapp sind, dass jeder Bescheid weiß, dass meine Innenverteidiger wissen, wo der Gegenspieler sich gerade im Rücken von ihnen befindet. Und ich denke, so kannst du viele Dinge vorab verteidigen, bevor ich dann überhaupt eingreifen muss. Also hilft es am Ende ihnen auch. Natürlich hilft es mir am Ende auch. Ja, umso weniger ich zu tun habe, umso mehr spricht es ja für unser Abwehrverbund, wie gut wir da arbeiten. Und ich denke, dass die Jungs das dieses Jahr bisher sehr, sehr gut machen. Zeigt ja auch die Einzahl an Gegentoren, mit denen man zufrieden sein kann, wenn man das auch im Vergleich zu den erzielten Toren sieht. Mal abseits vom Spielfeld. Sie sind der einzige Ü30er in der Mannschaft. Wie ist denn das so mit den jungen Kerlen? Es hält jung. Nein, also ich fühle mich jetzt auch nicht, als wäre ich Ü30 Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Früher, als ich selber noch 18 war, habe ich die Ü30 Spieler immer angeschaut und habe mir gedacht, wow, wie standfest sind die schon in ihrem Leben und so weiter und so fort. Dann kommt man selber in das Alter und dann merkt man doch, oh, man ist dann vielleicht doch gar nicht so weit weg von den jüngeren Spielern in manchen Situationen. Aber klar, man merkt halt dann doch schon in der einen oder anderen Situation die Lebenserfahrung jetzt auch außerhalb vom Platz. Aber es macht Spaß mit den Jungs und ja, ich hoffe, das bleibt bis zum Ende der Saison auch so und darüber hinaus. Und bestimmt der Älteste in der Kabine denn eigentlich die Musikauswahl oder die Getränkeauswahl? Na, die Musikauswahl nicht, weil meine Musikauswahl ist dann teilweise dann doch etwas zu alt für die jungen Spieler. Welche wären das beispielsweise? Ja, also da kommen dann 80er, 90er oder Anfang der 2000er, wo viele von den Jungs sind teilweise erst geboren worden oder noch gar nicht auf der Welt waren. Von daher ist es dann natürlich für die Jungs schwierig, die Lieder dann auch zu kennen. Aber wie gesagt, wir haben einen bunten Mix in der Truppe und der macht das Ganze auch raus. Wer ist der Kabinen-DJ? Das wechselt. Also mal ist es der Romario Hayrola, da macht es der Aaron Manu mal wieder. Also da gibt es verschiedene. Wer sich halt als erstes einklingt, der macht die Playlist. Okay, schön. Jetzt steht das Spitzenspiel an. Cottbus für viele der große Staffelsieg-Favorit. Wird das die schwerste Prüfung für euch? Und was heißt die schwerste Prüfung? Es wird eine Prüfung, die auf jeden Fall vieles von uns abverlangen wird. Und die uns Spaß machen wird auch. Jeder freut sich auf dieses Spiel. Und ich denke, Cottbus hat eine definitiv sehr, sehr gute Mannschaft beisammen. Auch ein Kollege von mir letztes Jahr verpflichtet. Und von daher denke ich, die Mannschaft ist sehr stark. Wir werden alles in die Waagschale werfen und dann am Ende mal schauen, was dabei rauskommt. Wer ist der Kollege? Erik Hottmann. Gibt es da Kontakt im Vorfeld? Die Woche jetzt nicht, aber wir haben unter der Saison schon ab und an Kontakt gehabt. Jetzt ist erst mal Funkstelle bis zum Abpfiff am Samstag. Genau. Sie sind in Stendal geboren, haben den Nachwuchs dann in Magdeburg durchlaufen. Warum hat es dort beim FCM mit dem Durchbruch nicht geklappt? Ja, also erst mal den Nachwuchs habe ich zum Großteil dann tatsächlich in Stendal noch durchlaufen. Ich bin dann erst mit 15 nach Magdeburg gegangen, also zu meiner B-Jugendzeit damals und dann noch A-Jugend. Ich habe, denke ich, unter meinen damaligen Tor-Trainern viel gelernt, auch mich definitiv umstellen müssen von Stendal nach Magdeburg. Das war halt erst mal eine Umstellung. A, weil es das erste Mal von zu Hause weg war und B, natürlich auf einmal leistungsbezogen ist. Was natürlich dann für mich persönlich positiv lief zum Ende der A-Jugendzeit hin, dass ich es dann geschafft hatte, zu U-Länderspielen nominiert zu werden. Hatte dann auch gehofft, nach meinem Jahr oder nach meinen Jahren in der A-Jugend, dass ich halt aufgrund dieser U-Länderspiele eine Chance bekommen werde, im damaligen Herrenbereich bei Magdeburg. Ist aus verschiedenen Gründen, sei es das Bauchgefühl dann einmal vom Trainer gewesen oder weil dann doch der ältere Kollege halt einfach gesetzt war oder ja, Verletzungen einen immer wieder zurückgeworfen haben. Im Endeffekt, darauf jetzt zu sagen, es lag nicht an mir, wäre falsch. Also irgendwas muss ich damals nicht richtig gemacht haben, weil sonst hätte ich die Chance bekommen. Und ich denke, das muss halt jeder auch für sich selber dann wissen, dass halt diese Selbstreflexion am Ende das Entscheidende ist. Und ja, das habe ich halt für mich gelernt und leider ein bisschen spät. Deswegen hat es in Magdeburg nicht geklappt. Aber die vier, ich glaube vier waren es, U-19-Länderspiele stehen zu Buche. Die kann Ihnen keiner nehmen. Was ist das für ein Gefühl, als junger Mann für Deutschland auflaufen zu können? Und ja, wie haben Sie das wahrgenommen? Gab es da jemanden in der Mannschaft, der es dann in die Bundesliga geschafft hatte? Ja, also es gab einige Spieler, die dann später in der Bundesliga gelandet sind oder immer noch in der Bundesliga sind. Dani Ginczek beispielsweise war damals mit dabei, unter anderem dann der Herr Kramer war unter anderem bei Lehrgängen mit dabei. Also es gibt einige Spieler, die es bis nach oben geschafft haben. Ja, es ist natürlich, wenn man aus Magdeburg kommt und man trifft dann die Jungs, die dann bei großen Vereinen in Deutschland spielen, da dann teilweise schon in der ersten Mannschaft mittrainieren bei Bundesliga-Vereinen, ja, war ich dann vielleicht auch etwas zu ehrfürchtig und zu sehr der Respekt, der mir da selber am Wege stand, sage ich jetzt mal. Von daher war es aber definitiv eine coole Erfahrung und die möchte ich auch nicht missen. Das glaube ich. Danach hat es sich ja zu einigen Vereinen in verschiedenen Regionen Deutschlands geführt. Fürth war dabei, Halle, Neugersdorf, Burghausen und zuletzt Türgücü München. Wo war es denn am schönsten? Jede Station hat etwas Schönes für sich gehabt, ja. Ich habe viele Leute kennengelernt, aus jeder Station auch mir Leute behalten, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Jeder Verein für sich hat halt irgendwo dazu beigetragen, dass ich jetzt der bin, der ich bin. Auch ob es das soziale Umfeld dort war, die Trainer, die mich in den einzelnen Vereinen geprägt haben, oder die Erfahrung halt einfach, was du mit den einzelnen Vereinen erlebt hast. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, wo es am schönsten ist. Ich kann nur sagen, dass es auch mir hier sehr gut gefällt. Was ist der Unterschied beispielsweise zu Ihren Vorgängervereinen in Bayern und dem FC Rot-Weiß und der Stadt Erfurt vielleicht? Was sind die Unterschiede? Also von der Stadt Erfurt zur Stadt München ist es A, die Größe. Erfurt ist dann doch ein bisschen übersichtlicher, was ich auch schon mal angesprochen habe, dass mir das eigentlich sehr gut gefällt, dass es halt nicht so groß ist. Ich selber wohne ja auch etwas außerhalb von Erfurt, ein bisschen mehr im Grünen gelegenen. Die Vereine, ja, Türgücü und Erfurt kannst du auch nicht miteinander vergleichen. Es ist halt einfach, die Situation, die uns zum Ende bei Türgücü halt einfach begleitet hat, war halt extrem schwer. Und da muss man natürlich dann auch den Leuten Tribut zollen, die am Ende das Zepter dann noch hochgehalten haben in dieser schwierigen Phase. Und hier bei Erfurt ist es natürlich so, du hast eine junge Mannschaft im Vergleich zu Türgücü, wo halt viele gestandene Spieler schon waren. Und ja, auch ein hungriges Trainerteam. Und das Umfeld, die Fans, ist natürlich eine Spur größer. Das war ja auch ein Grund, den Sie mir angegeben haben, zu einem Traditionsverein zu wechseln, weshalb Sie in Erfurt gekommen sind. Ja, natürlich. Also ich kannte es ja beispielsweise aus den Zeiten in Magdeburg oder Halle, diese Traditionsvereine aus dem Osten, dass da natürlich eine besondere Fanverbundenheit auch einfach herrscht. Ja, also man darf es nicht falsch verstehen. Es gab auch bei Türgücü eine Fangruppe, die den Verein und die Mannschaft permanent unterstützt hat. Das ist jetzt nur nicht die Masse, wie sie jetzt hier herrscht. Und ja, das ist halt schon der Wahnsinn, wie hier die Leute auch hinter uns stehen. Hatten Sie da mal Bedenken, von einem insolventen Verein zu einem Verein zu wechseln, der auch noch ein Insolvenzverfahren am Hals hat, nenne ich es mal salopp? Nein, also darüber habe ich mir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich habe mich im Vorfeld viel auch mit Franz Gerber und Fabian Gerber unterhalten, die mir klar eine Perspektive des Vereins aufgezeigt haben und mich davon überzeugt haben. Und deswegen bin ich hier. Wie sind die persönlichen Ziele? Persönliche Ziele? Natürlich wollen wir weiter den Lauf, den wir haben, oder möchte ich den Lauf, den wir haben, dass er erstmal nicht stoppt. Und dann ist es natürlich für einen Torhüter immer schön, wenn er am Ende derjenige ist, der die wenigsten Gegentore in der Liga hat, um jetzt bei den persönlichen Zielen zu bleiben. Ja, und ich hoffe auch, dass ich den ein oder anderen von unseren Jungspielern dann auch helfen kann, noch mehr sich einfach weiterzuentwickeln. Sie haben am Rande von München auch erste Trainererfahrungen gesammelt. Bei einem C-Klassisten standen Sie an der Seitenlinie. Wie kam das zustande? Ja, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie geht es vielleicht irgendwann mal nach der Karriere weiter. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich da nicht erst schaue, wenn es soweit ist, was ich dann mache, sondern habe mir gedacht, okay, ist vielleicht der Trainerjob was, was ich nach der aktiven Karriere weiter anstreben kann. Habe damals auch im Plenigen selber gewohnt, habe den dortigen Verein halt einfach angeschrieben und ja, so sind wir dann zusammengekommen. Und wie war das so als Trainer, statt im Tor zu stehen? Auf jeden Fall eine überraschend coole und neue Erfahrung. Also die Jungs dort haben auch wahnsinnig mitgezogen. Man denkt, man darf nicht vergessen, die Jungs gehen alle acht Stunden am Tag arbeiten, haben das wirklich nur in Anführungsstrichen als Hobby. Wie sie dann da mitgezogen haben, davon muss ich meinen Hut ziehen, weil ich habe Züge dann doch schon etwas mehr angezogen als vielleicht mein Vorgänger. Das haben sie mir dann auch im Nachhinein bestätigt, waren aber auch wahnsinnig stolz darauf, dass ich sie trainiert habe und mit ihnen da gearbeitet habe. Und ja, bin auch immer noch mit ihnen in Kontakt und verfolge sie natürlich weiterhin. Können Sie aufgrund dieser Erfahrungen auch manche Entscheidungen jetzt vielleicht von Fabian Gerber noch besser nachvollziehen? Ja, natürlich. Klar ist es nochmal ein Unterschied, ob du jetzt eine Mannschaft hast, die halt leistungsbezogen arbeitet oder wie wir damals oder wie ich im Plenig hobbymäßig. Da musste ich im Plenig dann doch meine eigenen Ansprüche dann auch vielleicht etwas variieren oder anpassen. Du habt es manche vielleicht dort zu engstündig gesehen, weil ich halt aus diesem Leistungsgedanken heraus halt einfach komme. Ich habe das aber dann, denke ich, ganz gut hinbekommen. Zumindest haben sie es mir bestätigt, so in der Hinsicht. Und ja, natürlich ist es dann auch vielleicht was anderes, wenn du halt schon mal als Trainer oder diese Entscheidung selber schon mal treffen musstest und kannst dann vielleicht das mehr nachvollziehen. Oder kannst dann halt auch den einen oder anderen Spieler dann darüber aufklären, wieso es halt so ist. Dass es halt nicht in den falschen Hals, sagen wir es jetzt mal, dann bekommt. Also wäre es durchaus was für nach der Karriere? Ist du ein Trainerjob oder gibt es andere Ambitionen? Also bisher bin ich dem Ganzen nicht abgeneigt. Man muss halt dann sehen, wie sich das Ganze halt, jetzt habe ich jetzt mal auch meine Karriere noch entwickelt. Bin ja jetzt noch nicht ganz am Ende meiner Karriere, zum Glück. Und nee, ist auf jeden Fall was, was ich mir definitiv vorstellen kann. Ich muss sagen, als Torhüter kann man ja noch 5, 6 Jahre auf gutem Niveau spielen. Vielleicht sogar auch eine Liga höher. Kommt vielleicht auch auf den Sonntag an, wie es gegen Cottbus ausgeht. Vielen Dank erstmal. Wir haben zum Abschluss noch unsere beliebten Entweder-Oder-Fragen. Okay. Die Sie auch gerne erklären können, warum, weshalb. Aber wir schauen mal. Flugeinlage oder Fußabwehr? Ja, die Flugeinlage ist fürs Foto schöner. Die Fußabwehr, da meistens dann die weisere Entscheidung in manchen Situationen vielleicht. Also das jetzt, sich dazwischen zu entscheiden, ist schon echt schwer. Kann ich auch in dem Fall nicht tun. Je nach Situation wahrscheinlich. Neuer oder Ter Stegen? Gut, das ist jetzt, puh. Ich denke, der Manuel Neuer hat bewiesen, auf was für einem Niveau er über die letzten Jahre auch gearbeitet hat. Der André Ter Stegen genauso. Ich denke, beide hätten es verdient und wären sie in anderen Nationalmannschaften, oder wären sie in unterschiedlichen Nationalmannschaften, wären sie auch höchstwahrscheinlich beide die Nummer 1. Ich denke, der Marc-André Ter Stegen wird auch in der näheren Zukunft seine Chancen da auch weiter bekommen, sich auf der deutschen Ebene oder für Deutschland zu beweisen. WM schauen oder WM boykottieren? WM schauen. Ganz einfach, weil ich denke, der Fußball steht im Vordergrund. Die Entscheidung ist vor langer Zeit gefällt worden, wo manche der Spieler überhaupt gar keine Blickweite hatten, dass sie überhaupt an diesem Turnier hätten teilnehmen können. Also, da waren manche von den Jungs noch so jung, dass sie sich hätten vielleicht in ihren Träumen ausmalen können. Deswegen sehe ich es da schon so, dass man die Jungs auch definitiv unterstützen sollte. Und wir Fußballer haben eine Ausstrahlkraft nach außen hin, aber es gibt andere Leute, die, denke ich, für solche Dinge zuständig sind. Und dahingehend sollten wir jetzt nicht alles auf den Jungs, die jetzt in Katar weilen, abladen oder sie dafür zu politischen Zwecken benutzen oder sonst dergleichen. Okay. Bayern oder Dortmund? Ja, aktuell ist es schwer. Eine Frage, die ich eigentlich wenig beantworten kann, weil ich selber kein Fan einer bestimmten Mannschaft bin. Ich schaue mir gerne Fußballspiele an, wo mir allerdings eher die fußballerische Komponente meistens im Vordergrund steht. Wer spielt den attraktiveren Fußball, den effektiveren Fußball? Und ich denke, da hat Bayern in den letzten zehn Jahren, glaube ich, deutlich gezeigt, wo sie stehen. Ich frage trotzdem, Magdeburg oder Halle? Ich habe mehr Zeit und auch meine Jugendzeit in Magdeburg verbracht. Deswegen ist mein Herz natürlich in Magdeburg auch angesiedelt, weil ich einfach fünf Jahre am Verein dort gewesen bin, meine Pubertät, sage ich jetzt mal, dort verbracht habe und auch viele Freunde von da noch her kenne. Morgenmensch oder Nachteule? Zurzeit tendiere ich wirklich dazu eher, der Morgenmensch zu sein. Okay. Hat aber auch den Hintergrund, dass meine Freundin und ich jetzt einfach gerade einen neuen Hund aus dem Tierheim bekommen haben, den sechs Monate alten und der halt in der Früh schon relativ aktiv ist. Mal raus muss. Genau. Okay. Dann Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Ich bin kein reiner Biertrinker, muss ich dazu sagen. Ja, und als Mixgetränk trinke ich es. Aber wahrscheinlich würde ich, wenn ich wehen müsste, eher ein Glas Wein nehmen. Darf man sich ja auch mal gönnen. Zu gewissen Zeitpunkten. Sushi oder Hamburger? Sushi tatsächlich. Anzug oder Jeans? Hm. Also meine Freundin sagte immer, ich sehe in einem Anzug gar nicht so schlecht aus, also würde ich wahrscheinlich eher den Anzug nehmen. So läuft die Freundin, ja. Eben. Kino oder Couch? Dadurch, dass ja zurzeit mehr tatsächlich die Streaming-Dienste im Vordergrund stehen und auch Corona-bedingt viel, sage ich jetzt mal, nicht die Kino-Welt hergegeben hat, hat man sich natürlich auf die Couch eingeschlossen. Aber es ist natürlich schon schön, wenn man halt auch mal ins Kino geht, die Nachos dort essen kann und entspannt den Film guckt. Rock oder Schlager? Rock. Lieblingsband? AC-DC. Oh, das ist ja dann schon Hard Rock. Hund oder Katze? Ist schon fast beantwortet. Ist der Hund. Was ist das für eine Rasse? Wir haben einmal einen Appenzeller bei einer Zenmix, das ist unsere zweijährige Hündin und einmal unser Neuling, ein American Stafford Terriermix. Die halten Sie und die Freundin auf Trab wahrscheinlich, oder? Die halten uns gut auf Trab, zusätzlich zu unseren zwei Pferden, die wir noch haben. Tierliebe, große Tierliebe. Strand oder Berge? Wir hatten, also wo wir noch im Münchner Umland gelebt haben, hast du natürlich die Alpen quasi vor der Tür, waren auch dort in den Bergen auch unterwegs, haben natürlich aber auch an den Seen, an den wunderschönen Seen, die es dort gibt, auch viel am Strand verbracht. Für den Urlaub würde ich wahrscheinlich eher den Strand wählen, für den Aktivitäten eher die Berge. Okay, und zum Abschluss, heimatbezogen Altmark oder Thüringer Wald? Den Thüringer Wald kenne ich leider noch nicht so gut. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, deswegen ist die Altmark dann eher das naheliegendste, weil ich mich dort halt schon ein bisschen, oder deutlich mehr auskenne, aber es ist ja eher dann ein Indiz dafür, dass ich den Thüringer Wald ein bisschen mehr erkunden muss. Rennsteig sehr zu empfehlen, ist vielleicht eines der Ziele, die neben den sportlichen Zielen Sie sich auch noch stellen können. Eine Wanderung mit Hund auf dem Rennsteig kann ich nur empfehlen, im Winter wie im Sommer. Vielen Dank, dass Sie da waren, Franko Flückiger. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, viel Spaß am Sonntag, sofern Sie einschalten, entweder live im Stadion die Mannschaft unterstützen oder auf unseren Online-Portalen live. und exklusiv TA, TLZ und OTZ. Vielen Dank.